Meine Oma ist gestorben, aber was noch viel schlimmer ist, ich hab nicht zum anziehen, was soll ich nur tun? Hey, du, ja genau du, wieder jemand gestorben und kein passendes Accessoire, dann hol dir den alte Hütebeerdigungshut, hi holo. Oh, ein Hut, dafür stelle ich meine Oma garantiert die Show. Wow, jetzt kann ich meiner Oma endlich die Show stellen bei ihrer eigenen Beerdigung. Hey, du, ja genau du, bist du wieder so glücklich, dass du gar nicht weißt, wo du mit deinem ganzen Glück hin sollst? Dann hol dir den alte Hüte-Sorgenhut, Stimmungsschwankung garantiert. Wow, was ist das denn für ein geiler Hut? Oh, ich gebe dir hinzu. Ach toll, und ich kann dir keinen von diesen tollen Hüten leisten. Hey, du, ja genau du, du bist so pleite, dass du dir keinen dieser Hüte leisten kannst. Was hältst du vom alte Hüte 50 Cent Hut? Der ist so billig, den kannst sogar du dir leisten. Mann, bist du pleite. Hast du mal einen Hut? Na klar, hat sie einen Hut. Der ist ein Hut. Wow, oh mein Gott, er ist so wunderbar. Billig. Na klar ist der billig. Hat ja auch unsere, ähm, Designerin gemacht. Swag. Mmh, ja, oh mein Gott. Mach. Wow, mein Gott. Vielen Dank.